2XL meint der Goudeste Kurs, mit dort, wo du hast. Axie Gladys Rumpel Was ist, wenn du eine Angst hast, eine dupe, große Angst, oder ein große Besorgnis, in die verhältst du dich so, du kannst dich nicht überkommen? Du weißt, dass Jesus soll dein Fried sein, und du kannst dich Angst, ob er nicht überkommen? Was fehlt dir dann? Was braucht dir, dass du dort, wo du kannst, überkommen? In 1. Johannes Kapitel 4, Versfeier, da sagt es dir, All die, die Gott zum Führer haben, überwinden die Welt. Uns glauben an Jesus, die die Welt besiegt hat, gebt uns auch den Sieg. Uns glauben wird die Angst besiegen. Wie kann es Sieger sein über die Angst? Sieh, in diesem Zeit, ich glaube, jeder ein von ihnen wird erhorchen, nur was ich sei, der wird es bekannt sein, die Krankheit wird einen Weltraum jetzt. Und weil die dort gebt, eine große Angst, verzeuert viele Menschen. Aber weißt du, ich und du, die, was Jesus am Gott hat, wir dürfen nicht seine große Angst haben, wir können Sieger sein, wenn es erst bei der Welt kommt. Ich will euch nicht, was dir da gegeben, von der, was die da nicht sind, denn die, die, die Angst, die Angst, die kommen. Die glauben, ja, die glauben, wird die Angst besiegen. Aber wir können selbst auch noch etwas Dinge tun, denn wir werden, dass sie besser sicher sein werden, über Angst. Ich will euch ein Wort Farsch mitgeben, und ich will euch nicht mal zu sprechen, dass jeder Tag dieses Werk den Farsch überlesen, und auf Lüdes überlesen. Wenn die Schriftlied uns dort, dass man wieder das Wort Gottes herrchen, man wieder das Wort Gottes herrchen, dort es wird uns gelaufen geeft, dort wird uns gelaufen stark gemacht. Und dort meint nicht unbedingt bloß die Prediger schrchen, ja, das meint dort auch. Oder dort meint auch nicht bloß die Leute herrchen, ja, das meint dort auch. Aber sogar, wenn du auf Lüdes Gott sehen würd lesen das, dort darf ich die glauben. Ich habe das selbst erlebt, dass wenn ich eine Angst belebe, in mir falls ich bloß so, dass mein Buch wird an einen Knoppen gedreht, und dort direkt oder so, und ich weiß nicht wirklich, dass das immer kommen kann, wenn ich dann bloß mal auf Lüdes do, wo ich Bibelfarsch immer sage, und zu Gott rede, oder sogar manchmal bloß die Bibelfarsch auf Lüdes notwendig sage, oder lese. Und dort entstößt sie sich dort dann, und dann auf einmal dann verlaert die Angst. Und so, dort ist es, wo ich die mit Möte spreche. Auch bei diesem Werk ein paar Messages hör ich, und das ist ein Ding, was ich dort zu mir abgebildet habe. Ich möchte Messages hör ich, ich möchte Beker lesen, Bibel lesen, Bede, verschiedene Dinge. Und so, wo ich von diesem Werk ein paar mal gehört, von verschiedenen Reden, die Rede von in der Acht-Tien, Nient-Tien, Nient-Tien, und in 19-Tien, wo das auch mal passiert ist, 100 Jahre lang ungefähr, dort wird eine Krankheit über die ganze Welt entspringen, und so sehr, so sehr viele Menschen sterben an der Krankheit. Und mir wird es interessant, dort nun zu lesen. Ich konnte, in Stuttgart, denke ich so, oh Mann, das ist ja noch nie mit Eier passiert, auf der Welt, und was darf das jetzt in einem Welt sich dort nun aus? Dann dachte ich so, okay, weil die Welthaft das mal Eier könnte überkommen, der wird das auch nach weiter überkommen, mit Hähnen. Dort wird interessant, wo die Schriebe die dort, die hoorden dann auch je Quarantäne, dass sie die Menschen sehen, sie sollen schistbleiben, wann sie will man kranker, oder wie die warst, oder ihr Rest oder so wird. Samt von den selten Dingen, die Regierung die auch die Businesses dann teut machen. Verschiedene wird mir interessant, wenn die nicht schierig sind, wenn die so feiligen wird das mitgeben, dann wird das verleicht mal das nun lesen, was an in 1918 passiert, als wenn die auf Englisch naht sich dort die Spanisch Influenza. Aber wenn ihr dort nicht mehr gebt, dann dort nicht nur lesen. Dort ist ein Ding, was ich Ihnen vermerkomme, von dort, so viele von Ihnen, die haben seine Angst, und dann alle Dagen, dann dringend, lesen Sie das noch, und lesen dort noch, und watchen die News, und watchen das, und dort, und dort gebt bloß mehr, und mehr, und mehr Angst. Weißt, du weißt all ungefähr, was dir weiter fehlt. Uns fehlt dort, was du an jetzt. Jo, wir wollen abholen, wir wollen besonders abholen, weil das Lichter der äldre Menschen die Krankheit gibt. Wir wollen sicher abholen, wir wollen uns hängen wachen, wir wollen uns rein holen, wir wollen abholen, dass wir nicht in anderem am Gesicht prüsten, all das, wie soll das tun? Aber, all diese verschiedene Dinge hören, einer sagt, das, das, was in some von es ist ein ganz kindel, und wir glauben, das soll alle zu vertreten sein, dass die bloß eine große Angst du dort abhieren, hier mit hören und lezen, wenn die seine Angst gibt, du leuven dort, die die moit gibt, auch mit Freund zu sagen, aber wir haben einmal sehr gute Freund über ihr ein Topic zu reden und vor wie so beträgt ein Haus do die schirm machen dass wenn du mit Freund hast du mit teut hast die die werden hergeben die die helpen die du wirst kommen und nicht so Angst haben Ich will die hier vergeben nicht überlezen ich die schriftstil geben und die sagt und in diesem Werk muss die über lesen 1. Johannes 4. 5. 5. Das sagt uns Glaube wird die besiegt Psalm 2. 6. 6. 6. 12. 7. 7. 9. 9. 9. 10. 11. 25. 12. 18. Ich habe Angst, dass es mir befallen ist. So dass du nicht Angst hast, dass du lieber Glauben hast. Glauben hast du Gott dort, was Angst für das Ible ist. Wie wenn du lieber Glauben hast, dann kann das noch anders passieren. Und dann werde ich dir einen neuen Vers lesen. Das letzte Vers werde ich lesen. Dort sagt Jesus das. Und dort wird und die zu seinen Sänen, wo Herrlich der Haar ist. Dort wird Gott sein Pläne. Und dort, wo dies da dort Römer ist, Römer uns ist. Aber das Licht wird ab die Sträule. Dort wird Glauben. Dort verweich, weil wir am Glauben verweich können. Der Glauben, Ewa der Angst. Wenn du dir das Möte geöffnet hast, und du weißt nochmals, dass du das hier wieder rauskriegst, schreib dir den Namen, nur den Vornamen, 2-0 Feuer, 8-9 Feuer.